Mittlerweile haben wir ja schon drei neue Travis-Leaks. Das Jordan-Line-Up für nächstes Jahr ist wirklich geisteskrank. Und vor allem bin ich gespannt, wie dieser Yeezy-Release am 1. Juni stattfinden wird. Und damit, jo Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen zum Video auf meinem Kanal. Ja, es geht eine Menge ab, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um wirklich gar nichts zu verpassen. Es tut mir wirklich unfassbar leid, dass letzte Woche kein Video kam. Ich habe wirklich einmal komplett meinen Urlaub genossen. Wie ihr seht, ich bin noch ein bisschen braun geworden. Deshalb wird diese Folge aber umso krasser. Bauen wir diesmal auch einen kleinen Release-Recap mit ein. Was kam letzte Woche so raus? Unter anderem, ja, dieser Schuh hier. Der Airship, den ich mir Personal geholt habe. In meinem letzten Video könnt ihr euch den Schuh nochmal detaillierter anschauen. Dann kam ja auch der Jordan 1 Spider-Man Across the Spider-Verse raus. In meinen Augen auch ein sehr cooler Release. Habe ich heute Morgen bei Soulbox durch meine Crew Crew Shiny Notify bekommen. Falls ihr solche Releases nicht verpassen wollt, Link unten in der Videobeschreibung. Und ich kann mich noch erinnern, dass dieser Jordan 5 als Shock Drop rauskam. Der Jordan 5 Craft. In meinen Augen auch ein sehr geiler Release. Ein sehr nicer Personal. Nur habe ich den nicht eingepackt, weil alles kann ich mir jetzt auch nicht kaufen. Das waren aber so die wichtigsten Releases aus der letzten Woche. Und diese Woche haben wir auf jeden Fall auch sehr, sehr viel krassen Stuff am Start. Und deshalb legen wir direkt los. Let's go! Fangen wir an am Donnerstag mit diesem Air Max. Mit dem Air Max One Escape Petrol Braunfarben Colorway. Und der Schuh hat hier so einen, ja, Waldprint auf der Heel drauf. Sehr interessant. Wäre Personal für mich aber nichts. Retail 170 Euro. Da der aber nichts im Resort gehen wird, ist der auch only for Personal. Genauso wie dieser Jordan 1 Low EX in dem White Coconut Mill Colorway. Das ist jetzt hier der zweite Colorway von diesem Modell. Ich persönlich finde ihn besser als den, der davor kam. Selber tragen würde ich ihn aber trotzdem nicht. Obwohl ich den Schuh wirklich cool finde. Gerade durch diesen ganzen Exposed Foam, der so ein bisschen in diese Off-Walt-Richtung geht. Wenn man aber noch einen nicen Schuh für den Sommer sucht, dann ist der auf jeden Fall ein Go-To. Bei Adidas kommt auch was am Donnerstag raus. Nämlich diese drei Samba-Modelle. Die alle aus einem, wie es ausschaut, sehr hochqualitativen Leder bestehen. In drei Colorways. Alle so pastellfarben. Retail hier 150 Euro. Auch die sollte man nur für Personal holen, weil die im Resort nichts gehen werden. Ist in meinen Augen auf jeden Fall eher so eine edle Version des Sambas. Vor kurzem haben wir ja schon diesen Air Max Corduroy gesehen. In diesem blauen, gelben Colorway. Und jetzt eben das Pendant für die Ladies. Retail hier 170 Euro. Und auch der ist only for Personal. Weiter geht es am Freitag mit diesem Adidas ADV zusammen mit Atlas. Muss ich wirklich sagen, dadurch, dass der so klassisch ist, aber eben diesen Atlas Print drauf hat. Und in so orange-grün mit einer Gumsool gehalten ist. Finde ich ihn eigentlich ganz cool. Vom Design her auch sehr klassisch. Und auch ein sehr cooler Sommerschuh. Also macht man definitiv für 110 Euro gar nichts mit falsch. Aber auch der ist only for Personal, weil der wird im Resort auf jeden Fall auch nichts gehen. Am Samstag kommt dann noch dieser Jordan 1er. In dem Sale Pale Vanilla Colorway. Besonders bei dem Schuh ist für mich hier das cremeweiße Leder. Und eben dieser Webstoff, der auf dem Swoosh und auch auf der Heel drauf ist. Verleiht dem Schuh auch so ein bisschen diesen Craft Aspekt. Anscheinend ist es aber kein Jordan 1 Craft. Auch haben wir hier nochmal andere Laces, die finde ich auch sehr gut zum Schuh passen. Also mir gefällt der sehr gut. Nur würde ich ihn mir für 190 Euro tatsächlich nicht kaufen. Demnach wird der auf jeden Fall auch nicht zum Resort gehen. Aber trotzdem ein cooler Personal. Okay, weiter geht es am Samstag mit diesem Schuh, den ich euch auch schon mal gezeigt habe. Wir haben hier einen Nike Zoom Romero 5. Aber nicht einen ganz normalen, sondern eben so Deconstructive mit diesen ganzen Lederpatches drauf. Auf den ersten Blick dachte ich mir so, nee. Auf den zweiten Blick muss ich ganz ehrlich sagen, geht der schon ein bisschen in so eine Designer-Richtung. Und hat nochmal mehr diesen exotischen Flair als der ganz normale Zoom Romero 5. Also der sieht nochmal viel edler, viel mehr, ja so fashionmäßig aus als der normale. Weil der normale ist wirklich halt so ein Trainer-Schuh. Das Ganze nennt sich hier auch Timeless. Auch in der Sohle ist so eine Uhr drin, wie man sehen kann. Auf jeden Fall cooler Schuh. Retail 160. Wenn mich nicht alles täuscht, würde ich sagen, dass der auf jeden Fall nicht zum Resale geht. So ganz sicher bin ich mir da aber auch nicht. Man muss auch dazu sagen, es ist ein Damenschuh. Heißt, der wird nur bis Größe 44,5 gehen. Aber ich bin da im Endeffekt trotzdem raus. Weil so ganz catche mich dann doch nicht. Und auch bei Adidas geht es am Samstag weiter mit diesem Gazelle, Gazelle Indoor. Zusammen mit Sean Woverspoon. Den habe ich euch auch schon mal gezeigt in einem vorherigen Sneaker-News-Video. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt der sehr, sehr gut. Ich mag zwar die Silhouette immer noch nicht. Der Colorway und die Machart und das Design finde ich aber sehr ansprechend. Weil es eben typisch Sean Woverspoon ist. Auch ist der Schuh jetzt komplett aus Corduroy, also aus einem Cord-Material, was ich auch sehr feiere. Tragen würde ich ihn, glaube ich, nicht. Aber es ist definitiv ein sehr nicer Schuh für den Sommer. Und auch ein Hingucker, würde ich sagen. Retail hier 140 Euro. Den Resale-Wert würde ich so bei 180 bis maximal 200 einschätzen. Ich würde ihn auch direkt flippen. Da werdet ihr auf jeden Fall den meisten Profit mitmachen. Aber gerade auch für die Leute, die jetzt zum Beispiel den Samba, die Gazelle sehr feiern, ist der, glaube ich, sehr gut. Ich weiß nicht, ob dieser New Balance so erwähnenswert ist. Ich habe ihn jetzt die ganze Zeit auf Instagram gesehen, bei jeglichen Skate-Shops. Aber das Ganze nennt sich hier New Balance Numeric Thiago Lemos 1-0-1-0. Ist das eine Collab? Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist das so der Skate-Schuh von New Balance. Und der kommt jetzt eben am 29.05. raus. Resale wird der, glaube ich, nicht haben. Aber auch ein cooler Schuh für den Sommer. Und auch mal was komplett anderes von New Balance, würde ich sagen. Und das wären auf jeden Fall auch so die wichtigsten Releases gewesen. Bei Supreme sieht es diese Woche jetzt auch gar nicht mal so schlecht aus. Denn unter anderem kommt dieser Air-Hockey-Tisch raus, den ich mir auf jeden Fall einpacken werde. Wahrscheinlich wird er so um die 10.000 Euro kosten. Aber ey, das ist ja ein Schnapper. Aber allein den in seiner Wohnung stehen zu haben, ist auf jeden Fall geisteskrank. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es von dem vielleicht so 10 Stück gibt. Also viele wird es davon definitiv nicht geben. Ich weiß auch gar nicht, ob der geschippt wird, ob man den dann so easy online kaufen kann. Aber es wäre auf jeden Fall sehr krass. Diese Archive Denim Jacket, die fand ich auch sehr krass. Gerade in diesem ausgewaschenen Schwarz. Und eben passend dazu auch die Jeanshose, die ich auch sehr wild finde. Den Rest finde ich persönlich für mich nicht so ansprechend. Aber trotzdem auf jeden Fall eine sehr solide Woche mit coolen, einzigartigen Pieces. Wollt ihr euch irgendwas holen? Schreibt es mir immer in die Kommentare. Und dann kommen wir jetzt zu den ganzen Leaks, die ich rausgesucht habe. Wie gesagt, was Jordans angeht, wird es nächstes Jahr geisteskrank. Aber fangen wir erstmal an mit dem Jordan One High Royal Reimagined, der dieses Jahr noch rauskommen soll. Nämlich am 4. November. Und eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist. Der Schuh besteht nicht aus einem Leder, sondern aus einem Wildledermix. Der normale Royal besteht ja eigentlich aus Leder. Und hier hat man das Ganze eben dann, ja, geswitcht. Finde ich aber tatsächlich ganz cool. Und gibt den Schuh dadurch, dass es auch so ein, ja, ausgewaschenes Schwarz ist. Einen sehr, sehr coolen Look. Ist in meinen Augen auf jeden Fall ein Must-Cop. Der wird auf jeden Fall gekauft. Und ich glaube auch, dass der sehr, sehr beliebt sein wird. Okay, dann schauen wir uns mal die ganzen Releases an, was Jordan Brand angeht, die schon für nächstes Jahr, für den Frühling 2024 geleakt sind. Ja, man sieht hier Michael Jordan schon lachen. Es wird wirklich geisteskrank. Zum einen natürlich der Jordan 4 Bread Reimagined. Bei dem wir jetzt schon wissen, dass der höchstwahrscheinlich aus einem Leder bestehen wird. Und nicht aus einem Suede, sondern wirklich aus einem, ja, ganz normalen Leder. Was am Anfang wirklich für Aufruhr gesorgt hat. Auch ich fand es nicht so nice. Man wird sich, denke ich, aber auf jeden Fall dran gewöhnen. Wir haben weitere Jordan 1er Modelle. Zum Beispiel hier diesen Dust Clay oder diesen Gold & Gum, die ich persönlich nicht so nice finde. Umso krasser finde ich diesen Jordan 3 Craft Ivory. Also der ist wirklich unfassbar nice. Sau, sau clean. Gerade auch mit dieser, ja, transparenten Sohle. Aber auch so das weiß-graue Upper sieht sehr, sehr nice aus. Für mich ist der persönlich ein Must-Cop. Auch ganz interessant ist dieser Jordan 2 Red in Sale. Ein Navy Cement Colorway kommt anscheinend auch noch. Ist ganz okay. Und dann natürlich so mit das Highlight auf jeden Fall der Jordan 4 Military Blue. Von dem wir nächstes Jahr auf jeden Fall ein Comeback kriegen. Ich denke mal, ist klar, dass der auf jeden Fall eingepackt wird. Also da führt kein Weg dran vorbei. Da freue ich mich sehr drauf. Genauso natürlich wie auf diesen Jordan 17 hier. Ach, keine Ahnung, was das ist. Ein Yellow Ocker, der so ähnlich aussieht wie der Taxi. Soll auch noch rauskommen. Dann auch interessant haben wir hier einen Jordan 1 High Reverse Panda. Bei dem bin ich auf jeden Fall auch raus. Ich kann diese Schwarz-Weiß-Kombination nicht mehr sehen. Diesen 85er, der jetzt gar nicht wie ein 85er aussieht, habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Der Metallic Burgundy soll auch nächstes Jahr rauskommen. Auch ganz nice dieser Jordan 5 Lucky Green. Sehr solide. Und dann dieser Jordan 4. Ich weiß gar nicht, welchem Jordan 4er der ähneln könnte. Ich weiß nicht, warum man das macht. Ich finde es irgendwie cool, irgendwie auch nicht. Weil man hat mit dem Schuh halt eine gute Alternative zum Jordan 4 Off-White. Und aus irgendeinem Grund haben die hier auch wieder ein Women's Exclusive draus gemacht. Ja, ist trotzdem sehr krass. Kann man auch wahrscheinlich zu allem kombinieren. Genauso wie den Jordan 4 Off-White. Also mich würde es wirklich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Schreibt es mal in die Kommentare. Wie findet ihr, dass das Jordan Brand quasi so eine ikonische Kollabo einfach kopiert? Wie gesagt, ich bin geteilt der Meinung. Dieser Jordan 1er, der auch wieder in diesem Hyper-Royal-Design ist, kommt auch noch raus. Das Ganze nennt sich Seaglass, ist in so einem Minzgrün. Sieht auch sehr nice aus. Ein 85er Low, in dem Metallic Blue kommt auch noch raus. Und diesen Jordan 2-3 habe ich euch auch schon mal gezeigt. Der soll nächstes Jahr auch noch rauskommen. Also eins ist Fakt, auch wenn dieses Jahr geisteskrank wird, kann der Frühling aus dem nächsten Jahr wahrscheinlich schon wieder alles toppen. Da können wir uns auf jeden Fall auf eine Menge Sachen freuen. Weiter geht es mit diesem Jordan 1 Low Travis Scott. Man könnte jetzt denken, das ist der ganz normale Olive Colorway. Aber nein, wir haben hier die Utopia Edition. Utopia ist irgendwie so ein neues Design-Konzept von Travis. Und eins ist klar, der wird so nie rauskommen. Das ist eine Friends-and-Family-Version, beziehungsweise einfach nur ein Sample. Wäre der aber so rauskommen, glaube ich, wäre das sehr cool gewesen. Weil ich finde diesen Print wirklich sehr, sehr nice. Was das hier auf der rechten Seite sein soll, weiß ich nicht. Ich habe es auch nicht herausgefunden. Es sieht irgendwie aus wie ein... Ach nee, lassen wir das. Wer jetzt aber gedacht hat, das war es mit Travis Scott-Releases aus diesem Jahr. Guckt euch diesen 3er Jordan an, der wahrscheinlich Ende des Jahres rauskommen soll. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen zu Overload, ein bisschen überladen, ein bisschen too much. Aber der High wird auf jeden Fall da sein. Und der Colorway ist auf jeden Fall auch sehr krass. Also kann man nichts gegen sagen. Wenn es dazu weitere Informationen gibt, sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Und so wie es aussieht, kriegen wir dieses Jahr auch noch einen weiteren Nike SB zusammen mit Travis Scott. Ob es jetzt Nike dank Low oder Nike dank High sein wird, das wissen wir noch nicht. Wir haben auch dazu noch keine Fotos. Ja, so wird er auf jeden Fall, denke ich, nicht aussehen. Aber da können wir auch nur gespannt sein, was da kommt. Also ich merke, das Jahr wird geisteskrank. Und anscheinend bringt Travis auch noch eine komplett neue Silhouette auf den Markt. Beziehungsweise trägt Travis hier bei irgendeiner Veranstaltung diese Schuhe. Und dieses Modell habe ich noch nie gesehen. Man kann auch sehen, hier ist auch wieder ein umgerührter Swoosh drauf. Und ich dachte erst, es ist ein Jordan 4er. Aber irgendwie ist es doch nochmal was komplett anderes. Aber auch da können wir nur auf neue Infos warten. Wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr auf jeden Fall informiert, wenn es zu jeglichen Schuhen neue Informationen gibt. Von Jerry Lorenzo. Und Adidas hat man jetzt ja auch des Öfteren schon wieder was gehört. Zum einen ist das hier diese Basketball-Version, die wahrscheinlich rauskommen wird in mehreren Colorways. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Silhouette wird es auf jeden Fall nicht. Ich finde trotzdem das Lacing-System unfassbar interessant. Mit diesen Rope-Laces, dann mit diesem Strap, den man noch hat. Es kommen aber auch noch zwei Modelle raus, die ein bisschen klassischer sind. Ein bisschen aussehen wie so eine klassische Silhouette von Adidas. Die aber auch eben in diese Basketball-Richtung gehen, die ich auf jeden Fall besser finde. Auch das Leder vor allem sieht hier sehr, sehr gut aus. Auch mit diesem Fear of God-Schriftzug. Die Sohle passt auch sehr gut zum Konzept, also typisch Jerry Lorenzo. Einfaches Design, gut durchdacht. Da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Wann die Sachen genau rauskommen werden, das weiß man aber noch nicht. Das Thema Yeezy natürlich auch ganz, ganz wichtig. Denn jetzt wissen wir, dass am 1. Juni auf jeden Fall ein riesen Yeezy-Drop auf der offiziellen Adidas-Seite, beziehungsweise eher in der Confirmed-App stattfinden wird. Also nur in der Confirmed-App, sorry. Und zwar ganze 14 Modelle. Unter anderem mehrere 350s, ein 350er Compact, ein 500er, ein 380er und so mein Favorite auf jeden Fall die beiden Yeezy-Slides und die beiden 4Runner. Vor allem der Azur Yeezy-Slide ist so, ja, schon grey geworden von mir. Der muss auf jeden Fall ran. Der Zebra kommt auch nochmal raus. Der Yeezy 700 Zoll. Ganz, ganz wichtig, der 350 V1 Pirate Black, der auch nochmal gerestockt wird. Wie das Ganze so ablaufen wird, das weiß ich noch nicht. Ich glaube, dass es ganz normale Auslosungen sein werden. Adidas will ja auch wirklich nur ihren Stock loswerden, sonst würden die ja auch 400 Millionen sitzen bleiben. Und um das zu rechtfertigen, spenden die auf jeden Fall auch einen großen Teil, um gegen Diskriminierung, Hass, Rassismus und Antisemitismus zu kämpfen. Was den Resale-Wett angeht, sprechen wir nochmal nächste Woche drüber, weil der 1. Juni ist Donnerstag, heißt Mittwoch können wir nochmal in der Folge detailliert drüber sprechen. Aber dieses Event solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen, denn hier sind sowohl sehr krasse Personals als auch gute Schuhe zum Resale dabei. Wollt ihr euch irgendwas holen, schreibt es jetzt schon mal in die Kommentare. Mein Fokus liegt auf jeden Fall auf dem Slide und auf dem 350er V1. Weitere Fotos haben wir dann von diesem Nike SB Dunk Low zusammen mit Crenshaw Skateshop, den ich sehr, sehr krass finde. Ich hoffe, dass er noch im Sommer rauskommt, weil das ist so in meinen Augen der perfekte Sommerschuh von den Farben her. Mit dem Schuh irgendwo lang gehen, wo Palmen sind, ey, das ist es, Jungs. Ich habe eben schon gesehen, der soll erst im Oktober rauskommen. Der wäre auf jeden Fall für den Sommer sehr, sehr krass gewesen. Dann ein Amex-Pack, was ich auch sehr nice fand, was auch noch dieses Jahr rauskommen soll. Das Ganze ist hier für den Porto Rico Day, beinhaltet zwei Colorways und vor allem dieser blaue Colorway ist so unfassbar schön. Also allein dieser Gel-Swoosh, dann dieses blaue Suede zusammen mit diesem, ja, cremefarbenen Upper, was auch noch so eine Struktur drin hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass der auf jeden Fall so ein bisschen auch mehr exclusive sein wird, dass man da nicht so easy rankommt. Aber wenn, dann ist es für mich auf jeden Fall ein Personal für den Sommer. Und der soll auf jeden Fall schon im Juni rauskommen. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Leak für nächstes Jahr von diesem Nike SB Dunk Low. Wieder in diesem GAM-Konzept-Design, diesmal in so einem, ja, Navy-Ton. Finde ich auch sehr, sehr nice. Ich weiß nicht, ob ich mir den noch holen würde, weil so langsam habe ich mich auch ein bisschen satt gesehen, was diese GAM-Solves angeht. Ja, wie gesagt, soll nächstes Jahr im Frühling rauskommen. Das wären auf jeden Fall alle wichtigen Informationen, alle Leaks gewesen. Schreibt wie immer in die Kommentare, was euer Favorite-Release jetzt aus den nächsten sieben Tagen ist. Und vor allem auch, was euer Lieblings-Leak ist. Worauf freut ihr euch am meisten? Lasst es mich wissen. Ansonsten, Freunde, danke fürs Zuschauen. Lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um keine solcher Videos mehr zu verpassen. Viel Glück bei allen Releases. Bleibt gesund, haut rein und bis zum nächsten Video. Tschüss.